Jeder, der vor vielen Leuten schon mal sprechen musste, weiß, wie schwierig das sein kann. Jeder, der in einem Orchester gespielt hat, weiß, wie viel gegenseitige Aufmerksamkeit nötig ist. Jeder, der schon mal ein Instrument gespielt hat, weiß, wie schwierig ein Auftritt sein kann. Im Musiktheater kommt all das zusammen. Orchester, Gesang, Sprechen, Bewegen und darstellendes Spiel. Komplexer können Anforderungen kaum sein. Ich bin Elke Schallack und habe die Musikschule Primus und später auch den Förderverein für die Schule gegründet und leite diesen jetzt. Ich bin Markus Wolf, der Leiter der Musikschule Primus und der musikalischen Leiter unseres Freischützprojektes. Ich bin Werner Eggerath, ich leite den Bereich Musiktheater in der Musikschule Primus, habe das Libretto der Oper für Primus angepasst, die Oper inszeniert und führe jetzt Regie. Kinder verstehen intuitiv, dass Text und Musik den Vorgängen auf der Bühne manchmal widersprechen können. Selbstschüchternde Kinder oder Kinder mit Komplexen oder Einschränkungen lernen in solchen Projekten, dass sie sich etwas zutrauen können. Wir wollen Kindern und Jugendlichen in unserem Projekt zeigen, dass sie die Welt hinterfragen müssen. Im Kleinen wie im Großen. Und wir hoffen, ihnen damit einen Weg zu ihrem Platz in der Gesellschaft zu zeigen. Bitte unterstützen Sie unser Freischützprojekt. Helfen Sie uns, Kindern und Jugendlichen ein Angebot zu machen, das nicht nur Spaß macht, sondern auch kulturell bildet. Neue Erfahrungen mit eigenen Fähigkeiten machen lässt und die Persönlichkeit entwickelt. Wir sind fit für den Freischütz. Wir sind fit für den Freischütz.